Hmm, wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Wow, er kommt zu mir. Ah, und jetzt dreht er sich da oben um. Ey, ich sag dir da oben, du drehst dich jetzt sofort um, wenn der sich da unten auch umdreht. Na, oder früher. Ist mir auch egal. So, jetzt muss ich es riskieren, riskieren, riskieren. Schneller, 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 oben. Gott sei Dank, dass das so eine Blindenhühner sind. Echt, ey. So, er schaut gerade nicht in unsere Richtung, aber das wird er gleich machen. Jetzt. Sehr schön. Ach, manchmal bin ich echt ein bisschen stolz auf mich. Tja, jetzt, jetzt will er hier auch noch runtergleiten. Hast ja sonst nichts zu tun, ne? So, ich hab das Gefühl, den kann ich nicht überraschen, den muss ich erschießen. Aber nicht von hier, anscheinend. Oh, verdammt, ey, ich hasse die Steuerung. Das hat ja hervorragend geklappt. Das hat ja so hervorragend geklappt, ey. Das hasse ich, wie die, äh, wie die, wie die manchmal einfach, äh, noch zurückschießen können. Juhu, bin ich da. Das Schöne ist, in der Deckung, oder wenn man eine Zeit lang nicht angegriffen wird, dann regeneriert sich die Rüstung. Sehr gut. Das müssen wir doch gleich ausnutzen und mal ein bisschen näher ran. Ich hab ja meine Spezialfähigkeit fertig. Und damit mach ich dich fertig. Warum? Weil du's verdient hast, du bist einer der Bösen. Ach, der war eh schon auf Blau. Hab ich gar nicht gemerkt. Wenigsten wurde kein Alarm ausgelöst. Aber wir wollen doch hier mal gucken. Die haben doch hier bestimmt irgendwo was versteckt. Ne? Ah, da hinten muss ich anscheinend weiter. Äh, hier irgendwo was. Sieht auch nicht so aus. Aber ich schau mal da oben auf den Turm rauf. Ah, nix. Natürlich. Ach, anstatt man auch mal für seine Müden belohnt wird. Ne, gar nichts. Einfach verarschen, den Spieler, weißt du? Unmengen an Gegner hinstellen und du bekommst nichts dafür. Ja gut, ein paar lausige Erfahrungspunkte, aber das war's auch schon. Na, hier bin ich ja rausgekommen. Also es wäre echt fies, wenn sie gleich in meinem Rücken noch was hinstellen würden. Darum war ich schon drauf. Da war nichts. Naja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Ja, hab ich da geguckt? Hab ich. Ups. Falsche Richtung. Aber habt ihr, habt ihr diesen fiesen Kerl gesehen hier, der, der total vernarbt war und so ein bisschen, naja, sagen wir mal zurückgekommen aussah? Hier vorhin mit, äh, in der Zwischensequenz mit, äh, Visa, äh, El-Shahid. Bekomm ich dich, bekomm ich dich, bekomm ich dich, bekomm ich dich, komm ich hier rauf? Ich komm doch hier rauf, oder? Wieso komm ich hier nicht rauf? Ach, das ist blöd, ey. Jetzt hab ich so viel Zeit dafür verschwendet, damit er sich dahin bestimmt umdrehen, oder? Ah, ich hab meine Spezialfähigkeit, äh, nicht fertig. Nee, das riskier ich nicht. Ups. Du kommst doch nicht hier hoch, oder? Machst du sowas? Kommst du hier hoch? Ach, der bleibt anscheinend da stehen, das ist gut. Na, machen wir es so rum. Dann mach ich erst den fertig, und dann... Ach, halt die Schnauze. Ich dachte jetzt hier, irgendeiner hat mich gesehen, nur weil, weil die dumme Sau dazwischen quatscht. Das geht ja wohl gar nicht. So, aber hier hinten hab ich doch was gesehen. Ah, 800 und... 12 Automatik-Money. Alles blöd, alles blöd. Hehe. Ich dachte, jetzt hat er mich gesehen. Ganz falsches Timing. Sowas lassen wir doch gleich mal, ne? Und... Umdrehen. Umdrehen. Verdammt, dreh dich um. Mach doch. Na, geht doch. Was ist der andere? Ach, verdammt, der ist auch schon wieder auf dem Weg. Egal. Hätte ich gar nicht machen müssen. Wer kann aber auch ahnen, dass sie mal wieder blind wie Maulwürfe sind. So. Oh, Laufverstärker-Standard-Pistole. Das könnte ich doch nehmen. Ach nee, das kann ich nicht nehmen. Laufverstärker. Ich glaube, das ist derselbe Slot, den man auch für die Child-Impfer braucht. Nee, dann kann ich es nicht nehmen. Schade. Oh. Oh. Das sieht hier ein bisschen gefährlich aus. Up on the top of the bridge. Looks like Shahid's second in command. And he's brought friends. They're probably there to meet up with the convoy. You need to take them out now. The trucks will be here any minute. Don't know if he knows you're coming. If you can get behind to his position without being spotted. Might be able to prevent him from warning the convoy. Got it. Och, wie blöd ist das denn? Och, wie blöd ist das denn? Ey, das können die doch nie im Leben gesehen haben. Ich weiß gar nicht, war jetzt so ein Kontrollpunkt? Ich habe jetzt echt Bock, hier den letzten Kontrollpunkt zu lagen. Das ist, das ist Blödsinn hier. Echt. Ich lag mal den letzten Kontrollpunkt. Das kann ich doch nie im Leben sehen von da hinten. Also ich meine, wenn man jetzt mal, äh, das mit dem vergleicht, was sie normalerweise sehen, da war der ja richtig, meine Fresse, wie ein, jetzt fällt mir der Vogel gar nicht ein. Wie so ein Adler, ein Falke, genau. Falke war der Vogel. Adler ist auch gut. Ah, damit konnte ja wirklich gar keiner rechnen. Ich hoffe bloß, ich muss die ganze Scheiße nicht nochmal machen. Okay, ich habe das Gefühl... Dass das wieder so ein komisches Ding war, wie beim letzten Mal, wo ich ihn treffe. Ja, aber trotzdem noch irgendwie die anderen warnen kann. Wisst ihr, und diesmal sehen sie nichts, das war mir doch klar. Boah, das... Das Spiel ist manchmal echt so verpackt, das geht gar nicht. Also ich meine, wenn ich ihn egal wo mit dem Kopfschuss verpasse, ja, dann ist erstmal Schichte im Gelände. Ach verdammt, genau auf die Gelegenheit hätte ich gewartet, immer. Genau die Gelegenheit möchte ich haben, aber jetzt ist zu spät. Schnell hier hin, schnell hier hin, schnell hier hin. Sehr gut. Wo der, ähm... Wo der Leutnant sich nach rechts rum auf der Brücke bewegt, der der andere hinten ist und der hier nach vorne kommt. Weil dann kann ich rum, kann beide ausnehmen und der Leutnant sieht nichts. Mal sehen, vielleicht habe ich halt Glück und das passiert nochmal. Aber höchstwahrscheinlich nicht, so wie ich das Spiel kenne. Doch, das sieht gut aus. Wenn du jetzt rumkommst, kommst du rum? Der kommt nicht rum. Und ich glaube, der Leutnant hat nichts gesehen. Nein, das sieht gut aus. Der ist vollkommen normal drauf. Jetzt war ich allerdings gar nicht da hinten drin. Ich wollte gucken, ob da noch was drin ist. Riskiere ich das jetzt, wo ich hier so schön... Nö, riskiere ich nicht. Jetzt gehe ich hier hoch. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht. Dann gehe ich mal lieber wieder runter. Ist das ein kleiner... Ich weiß auch nicht. Ich mag den nicht. Der sieht böse aus. Mama, ich habe Angst vor dem. Ah, abgeschlossen. Bleibe unentdeckt. Ahahaha. Goldbeschichtete Sturmgewehr erhalten. Mike, die erste Priorität ist der Stryker. Okay. Äh... Hä? Lauf, lauf! Ja, natürlich! Entdeckt mich! Ach, der da oben entdeckt mich die ganze Zeit. Hatte ich nicht noch eine schöne Waffe, die ich dafür benutzen kann? Ich stehe jetzt auf, was das, was die anderen beiden nicht von unten sehen. Kommt ihr hoch, oder bleibt ihr unten? Wer schießt denn da so auf mich? Ich glaube, das ist der scheiß Striker, ne? Ah, das geht nicht. Ja, der, der Striker. Verdammt, du bist zu weit weg. Kommt doch mal näher. Ah, verdammt. Jetzt kommt doch noch näher. Okay, den habe ich getroffen. Jetzt, äh, ist da nur noch einer, wenn ich das richtig sehe. Ah, vielleicht mache ich den auch mit dem, mit dem, mit dem Gewehr platzen. Was bist du denn für ein fieser Hund? Wo ist denn der Striker eigentlich? Oh, da ist er. Sind das zwei? Auf jeden Fall will ich hier gerade nicht raus, solange wie der hier noch rumkreucht und kleucht. Soll ich jetzt schön stehen, bleib stehen. Bleib doch mal stehen! Ach, du bist blöd, bist du. Du bist so eine kleine, fiese... Jetzt hat er mich gesehen, jetzt kommt er näher. Das ist, das ist schon mal gut. Dann muss ich ihn doch damit haben. Das müsste außerhalb seiner Reichweite sein. Das müsste alles klappen. So, sehr gut. Jetzt muss ich mir einen Plan überlegen, wie ich den Tum-Striker bekomme. Ich weiß natürlich, wie ich ihn bekomme. Seht ihr das da hinten auf dem Lastwagen? Das ist ein... ...Raketenwerfer. Ja? So, sehr gut. Ja? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR